Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute im Test die Veko-Kisten-Teufel. Einmal, ihr seht's, Belzerbub, Krampus und Feuerputz. Ihr seht ja auch Feuerputz, Belzerbub und Krampus. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Krampus. Die nächste Fontäne ist der Belzerbub. Die Veko-Kisten-Teufel Und als letzte Fontäne haben wir hier den Feuerputz. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Ja, das ist schon Wachstum. Die Veko-Kisten-Teufel von Beko ist wirklich eine absolute Empfehlung. Das kann ich einfach nicht anders sagen. Also, was man hier für das Geld bekommt, weiß ich jetzt nicht mehr, was es gekostet hat. Aber diese drei Fontänen sind einfach absolute Spitzenklasse. Auch von der Farbgebung. Gold und blau, rot, gold und blinksterne. Gold und rote blinksterne. Das ist einfach wirklich allererste Sahne.